Großes Geheimnis von Robert Reinig Es sitzt ein Knab am Bach und sieht den Wellen nach. Sie sprudeln und sie rauschen. Er denkt, ich muss doch lauschen, was all die Wellen plaudern. Und's Knäblein ohne Zaudern. Es bückt sich zu den Quellchen. Da kommt ganz fix ein Wellchen gesprudelt und gerauscht. Was hat es da gelauscht? Doch kann es nichts verstehen und ehe es sich's versehen, bückt es sich tiefer hin und liegt im Wasser drin. Zum Glück war der Bach ganz hell und klar und flach. Schnell sprang der Knab heraus und sah ganz lustig aus. Und als ich ihn gefragt, was ihm der Bach gesagt, sprach er nach kurzem Zaudern, ihr dürft es keinem plaudern. Ein Großgeheimnis ist, was er mir sagte, wisst. Er sagte, wisst ihr was? Das Wasser, das macht nass. Er hat es nicht, was er sich nicht um, Er sagte, was er jedoch nicht um, was er sich nicht um. Ich habe jetzt schon seit. 这是 schmerz. hierなんです. das differentialstück, ich mache es. Vielen Dank.